hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von du links renkt ja gerade mein deck gesehen in dem ich jetzt verspielen werde in der pvp und let's do it let's partner mit dem schad am ende verkackt mal gucken wie es jetzt läuft trotz die exe dexel 6 kompost auf füge morse zu haben von von nükan dr william kohler nein bis aussieht ja es schon auf den deck scheiße faktisch in die sich wenn ich nur angriffspunkte akzeptiere ich Ancient Gear Soldier, attack! Bomb! That won't stop me! My monster's effect activates! I'm in, it's my turn! It's my turn! Offshot, hilft uns! I set a card face down! Come to me! I tribute summon a monster! Time for battle! Go! My monster attacks! My turn is over! So... Ich hab's noch halfshot... Halfshot? Ist nur ein halber Schuss! Das war's? I set a card face down! Wenn ich, 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 wenn ich so etwas wie, den Deck, dann krass. Noch, bis, noch, noch... So, ich werde, aggressiv einsetzen. I summon a monster in attack position! So silly! Okay! So cool! noch gut! Ich hätte ja auch oft bis mein Entferdeutern können! What? Mighty God Oh no! Oh no! aussehen vernetzten exzent ist karte so oft ist an uns und Pellertreff 10 best duel ever Okay, Duel startet. Es ist wirklich nur 3 mal 4 Minuten. Oh, Jay didn't have a new key! Because he's absolutely flawless. Jetzt krieg ich dran. Nice. Time to throw up and get your gay on! I'm counting on you, buddy! I summon a mo- My turn's done! It's my turn! It's my turn! Draw! My monster's effect activates! I set a card face down! I set a card face down! Time for battle! I never show mercy! My turn is over! It's my turn! Aggressiv! Eximondorf, gebrot auf Angriffstack, das war's. Und auf Darkplate. Ein bisschen. Here comes one of my favorites! I summon a monster in attack position! You sure about that? Time to battle! Go! I attack with my monster! 1.900 plus 1.800. I don't know what's going on. 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 You! My turn's done! Draw! Lava Golem! Nice! I'm waiting for Darkplate! You'll enjoy this! I summon a monster in attack position! I'm waiting for Darkplate! I'm waiting for Darkplate! Time for battle! Go! My monster attacks you! Bye! Oh boy! Oh boy! It's my turn! Get your game on! I draw! Also wenn jetzt ein Monster mit 1.900 beschüttern, dann ist er tot! I set a monster! Oder auch nicht. Weil er nur ein Monster gesetzt hat. Let's battle! Let's battle! My turn's done! My turn! My turn! My turn! You'll enjoy this! My monster's effect activates! Time for battle! Go! My monster attacks! You gotta do better than that! I reveal my face down card! I activate a quick play spell! Egal was macht das Verwürfe! Ich hab genug background um die beiden zu beschützen! Das ist ein Problem mit Mystic Warrior, äh Swordsman! Das ist ein Monster! Das ist ein Problem mit Mystic Warrior, äh Swordsman! Das ist ein Monster! Das ist ein Monster! Das war's! Time to battle! What? Pfff! Cue Kampfhase! It's my turn, done! Draw! mein monstereffekt aktiviert fiel ich jetzt war angriffspunkte was verwerfet dafür überlebt er fast die wiese stört ja in der position ist wahrscheinlich wieder so ein enemy controller ich glaube ich habe gewonnen ich habe jetzt aufgegeben so noch zwei gute durch in so einer louis reicht aber so ein stummes dick auf weil das ist doch so lächerlich kann weil ich nicht wahr sei halt echt da gibt einfach nicht mal sinn dass es funktioniert ich muss einfach weiter so lange wissen erst niederlage auf spiel ich jetzt mit diesem weg ist der niederlage sie war peru oh oh zettel koi war alle koi war die die slag around say hello to the shadow realm Papel Ringer Ich werde dich aufhören Ich fange mal an Ah Ich würde mich sagen Mein Turnier ist vorbei Ich schaffe mich mit diesen Karten in meiner Hand Es gibt keinen Weg ich werde Dreh Ich setze eine Karte Ich werde mich nur zu lachen Wie werde ich den Kopfむster Das geht Enttaste mir zeige mir was du diest ich schwöre bloß trägt in die fans hallo oder zwei fest und kommt es gefällt mir jetzt nicht so das weiß auch es ist meine turn wirklich wirklich aktiviert ich habe mich selbst hatte die karte erlaubt mich selbst zu meine dabei sogar training schielt besser als diese ich diese schalt schwer ich sette monster und die wird er hat unser monster gesetzt ich habe mich nicht sie aber hat das sie nicht ich I summon a blitz battle I never show mercy Nope My turn is over Here I go It's my turn Draw Not I activated continue spell I end my turn It's my turn Draw I set a card face down I set a monster face down Time for battle I never show Nothing My turn is over I set a card face down Bist a dumb dumb I end my turn I end my turn My turn Ignorant Прissues Fix My monsters affect Activates None squares Äh Silicon stack nodes Dam Ev Tak sc gleich wenn ich seinen face down karte gebetet ab ich aktiviere meine enemy controller und konntet warum konnte warum konnte ich jetzt nicht auf die reaktion von seinen schild von seinen fallen karte meine kontrolle ich verstehe ich einfach nicht mehr verstehe ich bin ich watch closely watch and learn here is the deal you still didn't slide on my banana appeal watch and learn my monster attacks it feels so good when my enemy falls right into my trap zu beenden leute das bedeutet Zug Was kann der? Mit meiner Hand! Ich aktiviere einen Quickplay-Spell! Wer würfelt eine 3? Er hat keine 3 Get shit on! Ich bin dafür, dass er als nächstes Lichtmonster beschwört. Eat shit, Nerd. Ich muss eigentlich nur noch ein Zug überleben. Weil er muss 900 Lebenspunkte zahlen. Und wenn er diesen Zug nicht opfert, dann hat er verloren. Ich werde ihn auf jeden Fall nicht opfern. Ich werde ihn nicht töten. Ich darf ihn nicht töten. Wenn ich das mache, dann verliere ich automatisch. Ich verliere jetzt nicht automatisch, aber... Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich finde, es ist nicht optional. Bei einem Tubulation, was weiß das? ... ... ... ... ... ... ... ... kann ich den zug einfach bänden aber ich bin jetzt noch monster hat zur sicherheit und er hat verloren du wirst in die schwarze he 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 nicht schlecht, wir sehen uns noch mehr es gibt nichts was ich mehr mag, als zu spüren mit jemandem kümmern Er kann mich nicht finischen, doch ich kann mich nicht finischen, kann er nicht, er kann mich nicht finischen. Ich glaube nicht, ich aktiviere eine Facedown-Card, meine Trappe aktiviert. Schau mal, ich special-Summon-A-Monster. Es fühlt sich so gut, wenn mein Mann in meine Trappe fällt, meine Monster-Affekt aktiviert. Jetzt, ich schaue mit einem Monster-Affekt. Jetzt, ich schaue mit einem Monster-Affekt. Es ist mein Turn, ich ende meine Turn-Affekt. Ich sete ein Auto-Affekt. Komm zu mir. Ich Summon-A-Time-For-Battle. Es ist Zeit für-Affekt. Easy. Hahahaha. 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 Zu laut. Easy. Easy. Easy, das Game of my Drive, Alter. Zack, get your game on, würde der JNF Nuki sagen. Alter, war ich gut. Ich hab mich komplett weggebumst, so, zack, 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 zack. Soll ich mal seinen Scheiß-Deck an? Ja? Komm. Guck. Was für ein Scheiß-Deck ist. Holy shit. Geil, gar nichts. Nein, gar nichts. Außer der Null schon. Hahahaha. Hier ist nur Müll drin. Hier, Alter, was das für ein Null und so. Gar nichts. Und der hier. Alter, was das für ein schlechtes Deck, Alter. Warum bauen sie alle so einen schlechten Decks? Holy shit. Und der hier. Kann gar nichts. Wie dumm der einfach ist. Er dachte, er könnte einfach... Oh. Ich hab gehört. Ancient Gear ist ein super stark. Wenn man euch mal in Ancient Gear deckt. Oh. Hm. Verliere ich ja nur. Oh. Wie kann es nur sein? Ich weiß es nicht. Ah. H äh. Hätte sąs. Grievous hat ACL. Richtig IoT. Wlists game heute. Let´s go! Lee SJ ERN Martins. mehr если sie ist 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 sie Von denen hatten jeweils einen Blue-Eyes White Dragon und Koibermann. So falsch nehmen. Hehehehe, hehehehehehehe. A summon a monster in defense position. I set a card fist down. I end my turn! Jetzt hat der ich gerade gesetzt? Hat der Monster angeschibilisiert? Gesetzt. Er sitzt ein Monster im Angus-Position. Und shit. Ich sete eine Karte nach vorne. Ich sete ein Monster. Ha 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 ha! Deine Frustration bringt mir Glück! Oh mein! Joy-E-Kiela-Wheeler Joy-E-Wheeler Tschüss Lock, Bye-Lock, Tschüss Lock, Hi-Lock, Tschüss Lock, Hi-Lock I summon a Monster in Attack-Position To Battle! Battle! die kontrolle wer denn das aber das hat ja nicht jeder diese karte hat denn hier ungefähr fünf mal in einem deck es sind du es ist eigentlich so gut wie kann uns nicht gemacht hätte einfach nur den verdammten gesetzt ich würde sagen ich wollte jetzt ja nur sagen ich schützt die hut ich schütte sie gehen ja in silva 2 in silva 4 easy ja ich meine der silva surfer ja ist in league of legends über 5 und in du links über 4 halt das ist der spieler in silva niemand so gut wie ich die spieler man es nicht lassen kann belohnung und zu wenig na gibt es denn so ein cup wieder ich habe schon nicht genießt ich spende mein zug